Mein Name ist Jonas Rühle. Ich bin Lehrviker an der Christuskirche in Karlsruhe, das heißt Pfarrer in der Ausbildung. Das volle Leben. Unter diesem Motto wirbt die evangelische Kirche in Deutschland um theologischen Nachwuchs. Dazu hat die Kirche eine eigene Webseite online gestellt. Was Spaß macht am Pfarrberuf ist einfach die unendliche Vielfalt. Also vom Schulunterricht über die Gottesdienste, die Themen, die ich zu bearbeiten habe, die Kasualien, die Seelsorge. Das ist ein sehr, sehr breit aufgestelltes Feld und das ist das Reizvolle. Und ja, das ist ein Beruf, der zwar sehr anstrengend ist, oft sehr herausfordert, aber unendlich schön ist. Vorbild war die evangelische Kirche in Hessen und Nassau. Um die jungen Pfarrerinnen und Pfarrer wirbt die EKHN seit gut zwei Jahren. Und das erfolgreich. Ca. 300 Theologiestudenten wollen zukünftig Pfarrerinnen oder Pfarrer in der EKHN werden. Nachdenklich, lustig oder traurig. Das ist die Runde Ecke. Dort erzählen Menschen ihre nicht ganz alltäglichen Geschichten und wie diese sie verändert haben. Ich habe immer die Wahl. Immer die Wahl zu sagen, ich nehme das an. Vielleicht hat das Leben was Besseres mit mir vor, als das, was mir gerade passiert ist. Die Runde Ecke kommt nach Frankfurt ins Medienhaus am 6. Oktober. Großer Erfolg für die Wiesbadener Lilien. Die Kicker haben bei den deutschen Meisterschaften im Straßenfußball in Kiel den dritten Platz geholt. Zuvor gab es ein packendes Spiel um Platz 3. Ziel des Fußballturniers, Drogensüchtige, Wohnungslose und andere Bedürftige wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Auch ehemalige spielen mit oder sind sogar heute Trainer. Das Turnier organisiert der Verein Anstoß e.V. 2. 2. 3. Vinic começou. Vielen Dank.